Nannu, wo kommt... Ach du, du bist hier! Kleiner Lümmel. Oh, ist gar nicht weglaufen da hinten. Oh, der legt noch. Ja, das war's. Besser nicht. Was ist das denn da? Ein Fragezeichen. Was kann das? Ist der behindert? Ach, da oben ist auch noch einer, okay. Kamerona da? Ja, Karma. Jetzt muss ich doch eigentlich hier... Ach, das bringt mir noch nichts. Ah, Geheimnis gefunden. Ach, das sind die Figuren. Das sind die Figuren. So, so. Mach ich. So, wartet so. Das nehmen wir nur mit. Der Krieg trägt ne Pelle. Na? Ich fang auf. Man muss aber sagen... Man kriegt die Waffen jetzt nicht sofort wie in den anderen Teilen. Da hat man die relativ schnell bekommen. Kann ich klettern? Ja, sicher geht das. Ach, ich muss... Jawohl. Da hab ich Rona gestürzt. Rechten Stick stand da. Ja. Ja. Was bist du? Jetzt fang mal auf. Da versteht sich doch noch einer. Ja. Jetzt hat er den Jumper gemacht. Nein. Nein, bleib auf. Ihr seid auch richtige Wichser. Geh weg. In der Alpen, oder? Was seid ihr denn für ne Scheißdinger? Ach, Scheiß. Ist doch richtig falsch, ne? Den wollte ich eigentlich. Hm. Gibt kein strahlenderes Morgen. Ach, du Scheiße. Das geht hier schon wieder. Komm, den holen wir uns noch? Okay. Oh, das Gehirn ist richtig scheiße. Ja. Na. Na, die hier. Ey, ey, was ist das hier? Mach'n Orion mit mir. Was ist das Orion? Keine Ahnung. Wie ist das, was ich mein? Das Scheißding. Mit den schwappen Keksen und das weiße Nämlich. Oh, was bist du denn? Kann ich ja jetzt Präzisionsbolzen. Achso. Ja, komm, wir machen das Ding. Hm. Ah, sechs Schuss hab' ich dann nur. Was ist mit den Dingern? Da kann man die nicht abschalten. Nee, hier kann ich nicht rein. Nö. Kann ich hier rauf? Auch nicht. Was ist das? Nee. Splittergranaten. Ach, die hat jetzt an seiner Rüstung festgemacht. Achso. Ah, die kann man mit der Granate füttern. Nein, Minus. Ja, Gott sei Dank. Boah, wer das war, wie der macht. Der gibt ihm richtig Smackdown-Moves. Hat er einen von mir bekommen, war direkt wo er. Da ist er. Kamer auch. Ah. Da hat er den Auge rausgerissen. Komm, er ja hier. Ich trink den ab. Fang mal auf. Das erinnert mich jetzt ein bisschen, dass man selber zu diesem Revenant wird. Der hat ja auch mal seine komische Raketendinge an den Schultern. Und in die Biennereien. Zack. Guck mal, er. Wir nehmen dich jetzt mal hier, Junge. Ins Auge. Ins Auge. Das wird da gar nicht lustig. Was macht ihr denn da? Die Camping-Wer-Slinge. Komm mal her. Ich glaube, der hat ein Knie ins Gesicht. Ach, der ist dann... Achso. Zack, eine richtige Quickscope-Säge hier. Das scheiß Gehirn schon wieder. Fuck, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Na, Gehirn, bleib stehen. So. Warte mal. So, Gehirn, jetzt haben wir dich. Einmal im Kopf gestochen, in der Ruhe. Richtige, ich sag halt euch, richtige COD-Säge. Noch ein Gehirn. Warum sind die so viele Gehirne? Äh. Ey. Geh, nimm dich. Ich hab kein Ammonium. Doch, hab ich. Wird ich nicht. Egal. Die Pampe wieder. So, ganz die Gehirn. Achso. Da hat er das Gehirn gefüttert. Ja, das ist echt scheiße. Da hat die so viel aushalten. Da hat die so viel aushalten müssen. Hier gibt da nur einer. Da hinten. Zwei sogar. Ja. Aber da hat er denen den Kopf nicht mehr einreißen kann. Na gut, das war's. Dann gehen wir mal hier hoch. Wann bist du denn? Erinnert mich ein bisschen an Titan voll. Versteckt sich hier was? Nö. Das sieht nicht so aus. Ja, gern geschehen, ne? Schwester. Fang mal auf. Ach, die sind ja nur nicht sofort tot. Ich kann mal schlecht drüber springen. Ich bin hier nicht hin. Das wäre ich wieder runtergefallen. Bei meinem Glück. Und was geht hier ab? Nix. Ach, jetzt muss ich bestimmt wieder... Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich außen rumklettern, oder? Kann ich jetzt einen Doppelschwung machen? Jo, kann ich. Das geht hier richtig ab. Guck mal, er. Wollte er mich überraschen. Jetzt hat er überrascht geguckt. Oh. Ist wieder eine brennende Seite. Direkt aus der Hölle geschrieben. Was ist das denn für ein pervers, du? Du Tentakel-Bube. Ja, du bist auch wieder... Oh, der Predator war wieder da. Der sammelt wieder Köppe. Du bist doch wieder der Tentakel-Junge, oder nicht? Da ist er, wieder die kleine perverse Dreck, so. Ach, es warnt ja zwischen den Dingern immer. Bestimmt. Ich würde, ich kann nicht hoch, aber gut. Bestimmt wieder... Noch ein Geheimnis. Was bist du? Ein Sheet-Code. Ja. Was sagt uns das? Der Entwickler weiß selber, dass das wohl nicht so das Geilste ist. Was sie da rausgebracht haben. Wenn du das Game mit Sheets spielen kannst. Exit. Guck mal, da rennt sie schon wieder. Ich fang mal auf. Sack. Dadao ist weg. Ah, muss ich wieder klettern? War das unten? Sehe ich das? Nö. Sehe ich leider nicht. Du bist natürlich auch über die Hände. Nein, den Falschen erwischt. Also Augen sammelt er auch, ja, ne? Da hat er den Endekin gemacht. Der zuckt ja noch. Nein, das Gehirn. Das Gehirn. Sching. Sching. Sind ja zwei Gehirne. Nee. Ihr fickt mich jetzt hier nicht, Leute. Bin nicht durch. Ja, so habe ich doch richtige Quickscope-Säge hier am Werk. Jetzt habe ich dich, du dreckige Gehirn. Du kriegst auch was auf die Nase. Sack. Die Biene ist drin. Ja gut, was die Fläschchen können, weiß immer noch keiner.